Meine Damen, meine Herren, willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Tagebuchreihe Kupelius macht Theater hier am schönsten Opernhaus im Revier. Heute kommt nun die fünfte Vorstellung unseres Kleinsaches, genannt Zinnober, zur Aufführung. Wir haben allerdings noch etwas Zeit und deswegen gehe ich nochmal in die Kaufhalle. Bis später. Die Herren von Kupelius, bitte zur Bühne. Die Herren von Kupelius, bitte dringend ins große Haus. Die Herren von Kupelius Kupelius, bitte dringend ins große Haus. Immer das selbe mit dem Kupelius. Ja. Das war's für heute. Kompedius zur Bühne! Die Overtüre läuft! Dann leg mich doch an dich! Spannende Musik Musik Das war die fünfte Ausgabe unserer Tagebuchreihe Kopelius macht Theater. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und vergessen Sie immer nicht, Kopelius hilft. Musik Schossierig angelegt, Sprache gepflegt, Mehr Stimmen nicht man sieht, Aufklärung geliebt. You're talking to me? Are you talking to me? Are you talking to me?